Dies ist eine Gleichung zweiten Grades mit einer Unbekannten, deren Auflösungsformeln hier aufgelistet sind. Zuerst müssen wir die Werte von a, b und c sicherstellen. a, das ist die Vorzahl von x², also diese 2, b, das ist die Vorzahl von x, also diese 8, und c, das ist der unabhängige Term, also diese 7. Die diskriminante Delta wird berechnet durch b²-4ac, hier also durch 8²-4 mal 2 mal 7, und diese Rechnung ergibt 8. Die diskriminante Delta ist streng positiv, also sind wir im dritten Fall. Diese Gleichung hat also zwei verschiedene Lösungen. Die berechnen wir durch minus b plus minus Quadratwurzel von Delta geteilt durch 2a. In unserem Fall hier ergibt das also minus 8 plus minus die Quadratwurzel von dieser 8 geteilt durch 2 mal 2. Die Quadratwurzel von 8, das ist 2, Wurzel 2. Diesen Bruch können wir noch kürzen. Wir können hier noch alles durch 2 teilen. Und wir haben zwei Rechnungen zu machen. Die Rechnung mit plus ergibt dann also minus 4 plus Quadratwurzel von 2 geteilt durch 2. So. Und die Rechnung mit minus ergibt minus 4 minus die Quadratwurzel von 2 geteilt durch 2. So. Diese zwei Antworten kann man auch nicht mehr kürzen oder einfacher schreiben. Also stecken wir sie in die Lösungsmenge hinein. Und diese Übung ist schon beendet. Und die Rechnung mit minus 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, Vielen Dank.